Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mudimam Bande. Ich gegen Robert heute. Ja heute mal was anderes. Wir haben uns mal ein bisschen was überlegt. Richtig. Wir wollen eine Runde Terranor gegen Terranor spielen. Wir machen jetzt drei Matches best of three. Genau. Dann gucken wir in dem nächsten Video, wie man das beste MMR hat. Richtig. Und dann machen wir eine 50-Tage-Challenge, der nach 50 Tagen das beste MMR hat und dann ein best of five gewinnt. Richtig. So ist der Plan auf jeden Fall. Also heute ist der 31ste, ist schon? Dritte. Dritte, genau. Und ja, es geht theoretisch bis zum 20. Na gut, wir werden in der Woche dann wahrscheinlich dann auch noch ein vielleicht ein Live-Match machen. Also ein Livestream mit dem 5, also best of five Match. Genau. Und wie gesagt 50 Tage Terranor. Nichts anderes. Nichts anderes. Ja, aber es heißt nichts anderes. Man kann schon seine andere Rasse noch nebenbei spielen. Ja, aber halt Terranor. Terranor ist halt böse. Ja. Und ich würde sagen, es ist auch verdammt schwer. Also ich habe Terranor echt ewig nicht mehr gespielt. Alter, du bist viel zu früh da. Sieht ein Cheat aus. Was machst du denn? Äh, oh. Warum kommst du mit ein? Alter, was war das denn? Ja, das habe mich auch gerade gewundert. Das war jetzt so, ey. Guck mal, guck mal, alle BWS an. Das war ein Fehler von mir selbst. Ich bin perplex. Ich war jetzt mal geschockt, oder? Inzwischen konnte ich gar nicht mehr auf dem Middle-Wild klicken. Ah, das war witzig gerade. Das war gar nicht meine Absicht. Ich meine, die muss sich das schon zeitig losgeschickt haben. Nein, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe wahrscheinlich einfach auszusehen alle erwischt. Junge, Junge, Junge. Mit dir. Ja, ja. Ich habe auch zu wenig Gas. Was? Das ist doch alles scheiße. Wow, Heigen erschreckt. Was, wenn wir in das Depot bauen, muss ich jetzt mal? Ich habe mich total verbaut. Ach, das ist schon ein zweites Depot? Ja, ich bin so zu, so lang. Okay. Kommandozentrale, fertig. So zu. Was liegt dann? Ich brauche nicht ein Marine. Dann ist es Depot. Marine habe ich nicht gebaut. Ich brauche Rebob, ich werde scouten. Ah, kann. Rebob ich auch schon. Boah, ich kann das Spiel echt nicht mehr. Nein, mein BWF. Nein, 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 nein. Ah, schade. Was sprengt dabei aus? Was nicht passt, das haben wir gemacht. Sehr gemach. So, das und dann noch dieses schönes Baum und dann muss ich dir freuen. Okay. Schon unterwegs. Oh yeah, baby. Ah ja, ich geh schon. Sicher doch. Los geht's. Nein, mein Reaper. Sie sind bestimmt schon Cycler oder so, Mist. Cycler ist nö. Ich habe jetzt echt lange nicht mehr gespielt, ey. Ich habe jetzt echt lange nicht mehr gespielt, ey. Das ist mein eigenes Team. Ich habe Mule. Ja, Mule habe ich schon lange. Was ist denn hier? Was soll ich noch glauben, was du machst? Hier. Den muss ich bauen. Oh, Alter. Terana, ey. Scancheln. Anstrengend, Terana. Terana ist anstrengend, ja. Weil wir sind noch nie gespielt, wirklich groß. Ne. Weil du die Post brauchst, wie ich gerade. Nein. Uh. Ganz schön viele Reaper. Also nur ein Upper Reaper. So, dann brauche ich das dazu. Ja. Das dazu. Ja, kann ich nicht bauen. Ja. Schlechte Neukeit? Was wichtig ist? Was nicht erweitert. Was nicht erweitert. BBS einsatzbereit. Worauf soll ich ballern? Gnade nach Minerals. Sagt man das doch nicht. Einfach weiter bauen. BBS bereit. Aufgetankt und einsatzbereit. BBS einsatzbereit. Nicht kümmern, wieder rein. Was nicht weiter bauen. Nein, nicht da hinbauen, du Depp. So. Jetzt geht's los. Was ist das Ziel? Boah, Heilgier. Der kann ich nicht bauen. Nicht genügend in der Reihe. Nicht genügend. Hier komm ich. Nicht genügend in der Reihe. Nicht genügend in der Reihe. Ich bin echt so wenig. Das wird ein Spaß. Ah, kommst du den Reaper nicht hoch, oder? Ne, muss ich erst durch den dummen Panzerbruch. Das ist ja Schwachsinn. Das ist ja Schwachsinn. So, hier dahin. Hier dahin. Hier dorthin. Zack. Zack. Und dann baust du mir ein paar. Beriks. Ach, das hab ich nicht gebaut. Ich würde auch etwas ganz anderes bauen. Ne, egal. Auch nicht schlecht. Den benutzen wir mal. Keine Ahnung. Hab ich noch nie benutzt. Ich hab's doch nicht in der Reihe, ey. Das als Serana, ey. Oh, das sieht noch ein Drop aus. Schlechte Neuigkeiten? Äh, ab. BBS bereit. BBS bereit. Aber sicher. Besschen. Warum nicht? Mit Gemache. Nicht genügend in der Reihe. So, und wieder ran. Ich bin voll aufgeregt bei dem Spiel. Ich weiß auch nicht warum. Und nicht aufgeregt sein. BBS einsatzbereit. Ich kann das nicht. Trana, ey. Da müssen wir echt üben. Trana muss er echt. Ja. Keine Ahnung. Warum ist es nicht da rangeflogen? Jetzt. Ich könnte eigentlich mal wieder ein paar Marines spawnen. Ein paar DCs. Und das. Mal upgraden. Und dann brauchen wir. Ach, so wenig Gas. Das würde ich bauen. Echt so wenig Gas. Doppelgas genommen. Doppelgas hab ich auch. So. Zwei WWFs an die dritte. Kann ich das mal dein machen? Lass mal dein. Nicht genug. Bis Pingas. Nicht genug. Bis Pingas. Was ist denn sowas? Guck mal auf. Nicht zu teuer. Bis Pingas. Was wichtig jetzt. Nur zu. Mineralis. BBS bereit. Verweiterung. Nicht genug. Deine Kommandozentrale. BBS einsatzbereit. Was nicht passt, wird passend gemacht. Nein meine Pfing. Wer hat die Flotte gerufen? Oh nein. Ich meine. Panzer. Ich meine. Panzer. Keine Panzer, immer so die Panzer. Oh, ohne Boost. Das wär jetzt toll. Gibt's nicht. Not enough Minerals. Ich hab' ich auch nicht. Guck mal was ihr hier macht eigentlich. Das will ich gar nicht bauen. Ach, ich merk das Starcraft echt lange nicht mehr gespielt habe. Oh shit. Stimmt, es gibt Sensor-Tower. Warum baue ich die Dinger eigentlich nicht? Wer hat die Flotte gerufen? Mineralgen. So, jetzt wollen wir dich mal überraschen. Nicht genug bei Spring-Gas. Was ist los? Wir kommen! Die Flotte ist echt heftig. Ja, kommen wir gar nicht nachher. Die Flotte ist einfach nur böse ey. Die Flotte ist echt heftig geworden. Die Flotte ist echt heftig geworden. Gigi! Sieg nur eins! Die Marines schaffen das. Nicht gedacht. Nee. Da brauchst du Vikings, glaub ich. Ich weiß es nicht. Kreuzer Rush ey, puh. Das war kein Kreuzer Rush. Das war keine Ahnung. Ich hab einfach gebaut. Dann los, das nächste an hier. Ah ja, klar. Warte. Dann muss man hier. Standard. Sag Stopp für die Map. Stopp. Okay, nehmen wir die. So, Spiel Nummer 2. Best of 3. Wie gesagt, du wirst die eh gewinnen. Bist besserer StarCraft Spieler. Oh, ich hab aber lange nicht mehr gespielt. Ja. Du warst doch echt gar nicht schlecht, fand ich. Oh. Deine Drops. War schon okay, fand ich. Hat's der Türmchen schon, das ist gut. Ja, die brauch ich dann meistens immer. So, Spiel Nummer 2. Königstrand der Ehe. Warte, warte, sag ich nicht. Hä? Good luck, have fun. Braust du nicht, gell? Nee. Ist ein Mist. BBS bereit. Yo. Boah. Heigen erschreckt. Nicht genügend mehr. So, ja, da sind wir heute beim zweiten Spiel von unserer Battle-Challenge. Mal gucken, was das wird. Bin ja mal gespannt am Ende. Ich bin ja schon Terraner Meister am Ende nehmen wir's nicht. Das muss das mal schaffen, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Das glaub ich nicht. Also ich hab's dem Protoss nicht geschafft bis jetzt. Ich bin in die 1 gekommen maximal. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dann mit dem Terraner noch Meister werde. Nicht genügend Generalien. Wenn es einer von uns schaffen würde, ist Terraner eindeutig imbar. Das stimmt, ja. Aber wir geben uns Mühe. Also wir werden auf jeden Fall viel spielen in der Zeit, denk ich mal. Robot vielleicht ein bisschen mehr als ich. Weil er mehr Zeit hat. Hey, das ist... Oh, ich hab nicht gescoutet. Ich auch nicht. Shit. Ich muss da einen Scan ausgeben, ist ja nicht schlimm. Ja, wo man muss ich unbedingt scouten. Im Terraner selbst. Reapers immer zuerst, erstmal schon scouten, was der Gegner macht. Das ist das wichtigste Bräume, ne? Safety first! Oh, fuck, 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 fuck! Ich wollte nur gucken, was du machst. Lass mich doch mal schnell gucken. Nein. Möchte ich nicht, dass du guckst. Erweiterung fertiggestellt. Ne, doch, doch, doch. Okay, das ist ein scheiß Map. Das ist ja noch keine Exer. Ich wurde immer oben. Wir kommen an die Zentrale. Fertig. BBS bereit! Wirp! Der Tod kommt von oben. BBS Einsatz bereit! Oh, rein sneaken! Nichts, womit ich nicht fertig werde. BBS bereit! Ah! Oh, yeah, baby! Los geht's! BBS Einsatz bereit! BBS Einsatz bereit! BBS Einsatz bereit! Ah, shit. Ah, ging rein. Ah, das habe ich Gas vergessen anzubauen. Unsere Marines. Ich eigentlich nicht mehr auf die vier hier. Die Schipper. Ich verliess. Nein! Also, was Stress angeht, bist du echt gut. Ja, reicht halt auch nicht. Du musst ja den Rest noch dann meistern. Kommt noch, kommt noch. Dafür machen wir ja die Challenge, dann am Ende noch besser zu sein. Das Problem, zu wenig mit rein habe ich nicht. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Verarsche mich doch nicht, ey. Das kann doch nicht sein. Bingo! Kommt noch was? Nicht abgebrochen. Ach, nee, ich jetzt? Nein. Hier, komm mich! Ja, melde mich zum Einsatz. Yep. Wird gemacht. Wird gemacht. Freu mich schon ganz kaum noch. Los, Geld ab. Los, entsichern! Bingo! Bingo! Ach, das ist falsch gedrückt. Schön, selber gescannt. Wicky ist das toll. Auf gesagt und einsatzbereit! Nicht gemütlich! Schon wieder gescannt! Was krach! Bingo! Jetzt ist falsch, ich muss das nur umlegen. Selbstverständlich. Befehle sind zu befolgen. Koordinaten eingegeben. Perfekt. Ach, du liebst die Dinge oder auch? Welche Dinge? Wenn du sie nicht gesehen hast, ist das echt blöd. Das ist nicht gut. Glick, Glick, Glick! Die! Initialisiere! Er hat sie überlebt. Mineralinfekt. DBS bereit. Ich hab's vergessen zu bauen. Verstanden, was nicht passt. Eko-technisch bist du bestimmt so weit, weit vorne. Weil das stressen kann ich zwar, aber rundherum das klappt dann nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr, was für noch Upgrade... Ich hab dafür noch gar keine Marines Upgrades, noch gar nichts. Ich weiß nicht, ich hab jetzt drei Bases. Oh, fuck. Geht's los! Bereits machen los! Aufgedankt und einzeln! Jetzt den Grund! Los, los, los! Verstanden! Was wichtiger? Es kann losgehen! Kann's kaum noch erbauen! Was liegt dran? Ich hab gestern mein Türmchen zu bauen, ey! Du zu! Abmarsch bereit! Ab! Können wir sie aufsammeln? BBS einsatzbereit! Schießen Sie los! Ab die Post! Warten! BBS bereit! Ab die Post! Durchgelassen! Los! Geht's los! Warum nicht? Geht's los! BBS einsatzbereit! Roger! Unterwegs! Die Warten unserer WGFs werden angeklappt! Auf geht's! Und du! BBS bereit! Ja! Besten ab! Ab die Post! Kommt noch was? Ganz knapp! Schlechte Neuigkeiten? Was schärfen wir oben? Bereits machen die Jungs! Was gestiert? Ja! Viel zu viele Minervils! Ja! Viel zu wenig Depots! Ein zu wenig. Wie immer. Der Rahler halt! Da würde ich nicht landen. Ach, Depos. Ja, da braucht er was. Also schleppen kannst du echt gut. Und ich habe so viele Minereien. Das ist echt... Ich aber auch. Ich brauche nochmal 1000 Barracks. 1000 Depos. Ja, Sir. Worauf soll ich ballern, Sir? Was darf es denn sein? Durchgeladen und entsichert. So, Upgrade. Hm. Verstanden. In Ausdruck. Ausdruck abgeschlossen. Los, los, los. Empfang bestätigt. Ausdruck. Sehr gerne. Ausdruck. 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 Was hat denn eine... Vikings get killed? Hey, mal gucken wie die explodieren bei dir. Was, Jack? Wann geht's los? Schieb's nicht los! Das Traum noch, Herr Bauer. Hier, komm in! Ab die Bunden! Immer mit der Ruhe! Ja, gewinnst du, Bruder. Wie gesagt, ich kann nicht was treffen, aber... Da vorbei ist noch ein bisschen genug anderes zu machen. GG! Puh, also ich muss sagen, das war ganz schön einstrengend. Ich glaub, so weit weg warst du gar nicht. Äh... Der Trucy Gamer fragt, ja, wenn ihr gleich noch Empire 1 vs. 1 spielt, würde ich gern mitspielen. Wenn ihr Lust habt, kann ich... Kann jede Rasse spielen, am liebsten aber Toss oder Teraner. Aha. JC! Ja, mal gucken. So, da wollte ich erst mal sagen, haben wir unsere Best of Three. Fertig, weil brauchen wir nicht das letzte Spiel. Richtig, weil der Multibee hat einen Rob ordentlich weggemacht. Ja, wie gesagt, ich kann besser stressen, aber da rundherum, das passt dann noch nicht. Ja, das ist halt eine Übungssache, würde ich ehrlich sagen. Das geht dann mit der Zeit. Ja, und wenn das dann gut wird, ne, dann hast du Probleme. Das denke ich auch, ich werde auch nicht Probleme haben, also... Puh, ja. Aber unser MMR ist ziemlich hoch, würde ich mal sagen. Ist auf jeden Fall höher als mein Standard. MMR, wo steht das irgendwo? Was? Ist das irgendwo MMR, ne? Ne, das MMR steht nicht, ne, mit APM. Entschuldigung, APM. Hab ich eben beim R gesagt? Ja. Du hast eben beim R gesagt. Ne, APM. Ne, APM mein ich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Spiel, beim Rank-Spiel, genau. Bis dahin. Also wir werden es auch wieder zusammen aufnehmen und... Genau. Genau. Und dann seht ihr dann jeder, was jeder gerankt ist. Also bis dahin. Tschüss. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.